Jetzt hab ich die Raketenkarre. Sollte laufen mit sieben toten Visionären. Ein kurzer Flug und ich bin beim Stabilisator-Kern. Setz schon mal den Kaffee auf, Juliana. Ich glaube, ich hab's. Harriet am Morgen in Carlsbucht. Dabei gleich Franks Feuerwerk sabotieren. Dann zum Komplex, da kümmere ich mich um Igors Experiment. Am Nachmittag besuche ich die Turtel-Täubchen in ihrem Nest. Dann crashe ich die Party und kümmere mich um Igor, Wengi und Alexis. Am Schluss bringt mich das Raketto-Plan zu Juliana. Zeit, diesen Scheiß-Loop zu brechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alexis ist ein komplizierter Mensch. Er ist ein Arschloch. Aber trotzdem hat sich's scheiße angefühlt, oder? Nein. Wirklich? Nicht mal ein bisschen? Naja, die meisten Lebewesen verspüren eine Art von Neue. Komm und dieses Ding abschalten. Nein. Im Ernst? Es gibt keinen Ausschalter? Nein, ist eine Sicherheitsfunktion. Was? Super! Unser erster Tag des Chaos ist abgebrochen. Ich... Ich habe einen schönen Tod, Frank. Ich habe einen schönen Tod, Frank. Ich habe einen schönen Tod. Einer zeigt sich an Tagen des Chaos, der andere an Tagen des Friedens. Jeden Tag sollten wir unseren Fokus wechseln. Genau für ein Bildzuschauen. Hä? Ähm... Es da jemand... Es da jemand... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020